dysmorphophobestörung die angst hässlich und entstellt zu sein darum soll es heute gehen in diesem video ich finde es ein ganz wichtiges video auch eben für euch als angehende heilpraktikerin für psychotherapie oder diejenigen die sich für das berufsbild interessieren weil es wiederum mal zeigt wie wichtig es ist bestimmte störungsbilder zu kennen und sie auch diagnostizieren zu können damit überhaupt dann in der lage sind betroffenen adäquat helfen zu können und das schlimmste ist eben dass die betroffenen damit rumrennen und irgendwie das gefühl haben keiner kann mir helfen und das umfeld reagiert auch sehr sehr befremdlich darauf aber lasst uns kurz ein gefühl dafür bekommen was damit gemeint ist die angst hässlich und entstellt zu sein das ist erstmal ein störungsbild was häufig in der pubertät beginnt da geht es ja viel um das thema aussehen wir haben unglaublich viele entwicklungsaufgaben zu bewältigen in dieser zeit und das thema aussehen spielt eine extrem große rolle deswegen fängt es häufig in der pubertät auch bei den jungen und mädchen an wodurch also wir gehen nachher noch mal tiefer auf die ursachen ein aber lass uns erstmal kurz gucken was für ein schönheitsideal haben wir hier in deutschland also wenn wir uns zeitschriften angucken wenn wir uns sendungen angucken wie germany's next topmodel das sind alles dinge oder instagram ja ich bin influenza ich muss immer gut aussehen immer im guten licht immer gut drauf sein immer lächeln das erzeugt natürlich einen gewissen druck und dieser druck kann extrem zunehmen und zu erheblichen problemen führen und du musst dir das so vorstellen stell dir vor dass sich dein kind möglicherweise in der pubertät immer mehr zurückzieht und sich immer mehr mit dem eigenen körper beschäftigen am anfang denkst du ja das ist normal ja das ist ja pubertät das ist normal aber jetzt verbringt dein kind über eine stunde im bad und immer länger und kontrolliert das gesicht zum beispiel und dann ist so das gefühl bei den betroffenen dass zum beispiel jetzt meine ohren ja meine ohren die sehen völlig zu groß aus ja ich habe viel zu große ohren ich habe ja fast schon dummbo ohren ich weiß nicht wie diesen elefanten auch von früher kennst dummbo so ein elefant mit riesen ohren der dafür immer so das gefühl hat er wird damit gemobbt ja und ich steigere mich jetzt da immer weiter rein dass meine ohren zu groß sind ich kontrolliere das auch ständig im spiegel jeder spiegel handy display wird gecheckt wie ist das mit meinen ohren so und ich fühle mich immer schlechter und schlechter und wir wissen dass es sich um eine körperbildstörung handelt also das heißt wir haben eine verzerrte körperwahrnehmung weil meine ohren sind eben nicht entstellt oder überproportional groß aber ich sehe das so und jetzt stell dir das vor dass du das so siehst ja du siehst das und du kontrollierst du gehst den spiegel hat sich das verändert verändert sich irgendwas das kann erheblichen leidensdruck mit sich bringen und das ist ja nur ein thema ja lass uns mal gucken und kurz überlegen welche themen kann es da so geben ja bei frauen oder mädchen ist es zum beispiel ja das gesicht ganz stark es sind aber auch die brüste es sind die beine hüfte das sind die dinge auf die mädchen speziell intensiv achten und dann möglicherweise immer wieder durch einen spiegel das versuchen zu erfassen ob sich etwas verändert hat man kann diese körperbildstörung ja diese körperwahrnehmung diese verzerrung auch vielleicht noch mal besser verstehen wenn man sich darüber gedanken macht wie das beim magersüchtigen ist ja also stell dir bitte ein magersüchtiges mädchen in diesem fall mal vor dann ist es so wenn die sich in dem spiegel betrachten dann ist das gefühl da wenn sie in den spiegel gucken dass sie viel viel dicker sind als sie sich sehen ja also sie sehen sich viel viel dicker als sie tatsächlich sind und wenn man das in der klinik mal versucht aufzuarbeiten durch körpertherapie indem man die patienten bittet dass sie mal so seile um ihren körper sie sollen mal schätzen wie dick sie sind und sollen auch mal ihren bauch umfang mit form eines seils mal so zeigen was sie denken wie dick sie sind und wenn man sie dann sozusagen da rein schlüpfen lässt dann haben sie sich viel breiter sozusagen dargestellt mit diesen seilen als dass sie tatsächlich sind also das ist wirklich eine körperbildstörung eine verzerrung und trotzdem und das ist ja das entscheidende ist es so dass die betroffenen das so intensiv wahrnehmen in deutschland gibt es ungefähr eine million menschen die darunter leiden eine million menschen und deswegen ist es wichtig dass wir das erfassen warum kannst du dir vorstellen warum das so wichtig ist also einerseits ist es wichtig damit wir natürlich den betroffenen besser helfen können gucken wir kurz einmal wo es kategorisiert ist bei den psychischen stürmen es handelt sich um eine psychische erkrankung die ist derzeit im icd 10 unter den hypochondrischen störungen gefasst also im kapitel f4 bei den neurotischen belastungs- und somatoformstörungen da findest du die hypochondrische störung und darunter findest du die dysmorphophobestörung ist ja kaum aussprechbar oder körper dysmorphophobestörung ja also das heißt eben die angst hässlich und entstellt zu sein so im icd 11 ist es so dass es man das phänomen halt viel untersucht hat und ist er dann eben anders kategorisiert hat und zwar in die zwangsspektrum störung ja weil dass diesem phänomen ja sehr sehr ähnlich ist nämlich dass ich immer wieder nicht kontrollieren muss hat sich etwas verändert ja und wir hatten eben die mädchen schon mal benannt worunter die so leiden brüste gesicht hüfte beine bei jungs ist es häufig das thema zu viel körperbehaarung aber ganz extrem auch das thema muskeln ja dieses phänomen ich möchte eine adoniskörper haben und ich habe schon sehr gut ausgeprägt und trotzdem tue ich noch alles dafür dass ich noch protein shakes nehme weil ich sehe noch nicht gut genug aus man schätzt dass ungefähr zehn prozent der bodybuilder genau darunter leiden ja es reicht noch nicht es reicht noch nicht und was ist die große gefahr wenn wir uns mit diesem bild nicht intensiv beschäftigen und versuchen betroffenen zu helfen die große gefahr ist dass diese menschen bei einem schönheitschirurgen landen und jetzt stell dir mal vor du hast das gefühl du bist hässlich und entstellt und es ist eine überzeugte also du bist überzeugt davon es ist nicht korrigierbar ja am anfang vielleicht noch so dass du ein bisschen rein grätschen kannst und helfen kannst aber daher ist das wie eine art waren ja und waren kennzeichnet sich dadurch dass es nicht korrigierbar ist und auch dass der betroffene per se an sich nicht das gefühl hat dass er krank ist ja ich bin nicht krank ich habe makel und unter dem leide ich das stimmt aber ich bin ja nicht krank das ist ja der makel der ist ja da ich nehme diese verzerrung ja war und jetzt ist es eben so dass ein gewisser prozentsatz natürlich dann auch zu einem schönheitschirurgen geht und jetzt ist die gefahr da dass ein schönheitschirurg vielleicht keine anamnese und diagnostik macht keine psychiatrische anamnese und diagnostik und nicht mitbekommt dass dahinter eine psychische erkrankung steht weil vielleicht kannst du dir vorstellen das ist so ähnlich wie bei einem zwangspatienten wenn du dir vorstellst dass jemand einen waschzwang hat und dann weißt du vielleicht wenn der sich die hände gewaschen hat wie fühlt er sich dann der fühlt sich kurzfristig erleichtert weil eine sogenannte angstspannung sinkt beim zwangspatient angstspannung sinkt kurzfristig erleichtert mittelfristig bis langfristig baut sich diese komplette spannung wieder auf und er muss sich wieder die hände waschen also das können wir eben vergleichen auch mit jemandem der eine an einer dysmorphophoben störungen leidet das heißt er geht zum schönheitschirurgen der lässt sich beispielsweise die nase machen oder was auch immer die brust machen und dann reicht das aber nicht es reicht nicht und dann gibt es noch weitere brustvergrößerung komplikationen und dann geht das immer so weit aber es reicht nicht das heißt ich bin irgendwann völlig entstellt stell dir einfach mal personen vor die so 10 20 schönheitsoperationen gemacht haben und entstellt sind aber es sie fühlen immer noch diesen makel und dann geht das ja auch durch die presse und dann ist das was ich der kennen oder die barbie die versuchen genau so zu sein das ist natürlich noch mal eine spezielle geschichte aber es reicht halt nie aus es reicht halt nie und das wird in der presse eben auch nicht so richtig dargestellt in den medien und auch eltern sind natürlich total verzweifelt eltern sind verzweifelt weil sie nicht wissen was ist das und die frage ist woher kommt das und wir können dazu zwei störungshypothesen entwickeln die eine geht in die richtung dass jemand total über behütet worden ist und nie gelernt hat mit konflikten umzugehen und ein gefühl hat sehr beschützt gewesen zu sein und möglicherweise dann im alltag auf eine situation stößt mit mobbing und hänseleien die sich dann so tief festsetzt dass eben ich keine bewältigungsstrategie habe um diesem gefühl von außen mobbing oder was auch immer etwas entgegenzusetzen ich habe keine ressourcen ich habe keine strategien keine tools entwickelt in meinem leben weil ich immer beschützt worden bin von meinen eltern das ist eine hypothese eine andere hypothese ist dass ich in der kindheit so gut wie keine bestärkung erfahren habe von meinen primären bezugspersonen von meinen eltern in den meisten fällen und ich er sehr stark kritisiert worden bin und wenn ich gelobt worden bin dann vielleicht mal für das thema aussehen dass ich gut aussehe aber nie aufgrund meiner persönlichkeit ich bin nicht aufgrund meiner persönlichkeit gut genug und interessant genug wenn dann nur über das aussehen oder zum beispiel auch missbrauchsfälle das ist sozusagen diesen makel dieses dieses innere was was sich da in mir bewegt das wieso ist das passiert also da passiert ganz ganz viel das sozusagen nach diesem missbrauch makel an mir haftet und je nachdem welche hypothese dazu trifft ist es so dass es natürlich trotzdem leidensdruck auslöst und ich sag dir so sekundären leidensdruck warum weil kannst du dir vielleicht vorstellen wenn also primär hast du nicht das gefühl dass der makel das problem ist und ich bin noch nicht krank wenn ich jetzt davon betroffen bin aber ich fühle mich ja mit makel ich habe das gefühl ich bin hässlich ich bin entstellt ich sehe schlecht aus ich kann überhaupt nicht mithalten das heißt ich mache folgendes entweder wenn ich mal raus geht dann puder ich mich dann mache ich make up dann versuche ich mich so anzuziehen dass man das nicht richtig sieht und gleichzeitig ziehe ich mich sozial zurück dadurch habe ich weniger soziale bestärkung weniger freunde und wir wissen alle ein psychologisches grundbedürfnis ist bindung gleichzeitig entwickle ich aufgrund dieser geschichte möglicherweise depressive episoden also eine depression und das geht dann häufig auch mit so suizid gedanken einher ja und das ist dann der belastungsfaktor also wenn menschen mit so einer störung unsere praxis kommen dann kommen sie häufig wegen der depressiven episode und du musst erst wirklich hineingehen in eine fundierte analyse und diagnostik und daran siehst du wieder wie wichtig das ist und warum ich das so liebe wenn man gut ausgebildet ist weil stell dir vor da kommt jemand wegen der depressiven episode erzählt das auch nicht richtig und du behandelst erst mal die depressive episode und nicht die zugrunde liegende störung die dahinter steht mit den ganzen überzeugung gründen muss dann und dafür brauchst du ja wiederum vertrauen das ist ein ganz wichtiger wirkfaktor in der psychotherapie und dafür brauchst du vertrauen dass du deinem gegenüber das sagt deinem therapeuten damit du dann an der zugrunde liegenden störung arbeiten kannst weil du dann natürlich viel größere chancen hast dass die depression depressive episode auch in den hintergrund rücken kann oder die zwangssymptome die sich eben zeigen ist auch ein grund warum in der behandlung im behandlung spektrum häufig auch mal antidepressiva gegeben werden um eben die sekundären symptome ein bisschen abzumildern um an das hauptsymptom besser ranzukommen aber eine basis eine säule ist eben auch die psychotherapie stärkung des selbstwertes und da ist auch wieder eine integrative psychotherapie wenn ich das interessiert du weißt wir bieten dazu eine ausbildung an informiere dich gerne hier drunter noch mal integrativ deswegen weil du mehrere dinge mit einbeziehen kannst also zum beispiel die kognitive verhaltenstherapie in form der gedanken software die abläuft und die mich natürlich auch immer schlechter fühlen lässt also gedanken werden zu gefühlen gefühle beeinflussen wiederum meine gedanken das ist wichtig an diesen kognitionen zu arbeiten ja wichtig ist es aber auch so etwas wie soziales kompetenz training wieder zu machen also wie verhalte ich mich wenn ich mit anderen unterwegs bin weil häufig ist es so dass es ähnlich wie bei der sozialen phobie ich bin so tief mit mir selbst beschäftigt dass ich gar nicht mehr im außen richtig agieren kann ich kann gar nicht bei meinem anderen gesprächspartner sein weil ich so stark mit mir beschäftigt guckt er mir jetzt auf meine ohren guckt er mir jetzt da irgendwie dahin und ich merke das ja sofort und dann bin ich in so einem inneren dialog gefangen und gar nicht mehr bei dem anderen und vielleicht kannst du dir vorstellen wenn du die ganze zeit in so einem inneren dialog bist dann kriegst du den anderen auch nicht mehr richtig mit und dann wirkt das bei dem anderen irgendwann möglicherweise auch ein bisschen komisch ja und dann geht es darum wieder davon weg zu kommen und wieder hinein zu kommen in das gespräch ein weiterer aspekt ist dann körpertherapie also genau das dass man wirklich mal guckt auch die abgrenzung wenn es um das thema brust hüfte und so weiter geht um das wirklich in die realität zu bringen ja körpergefühl wieder stärken und gleichzeitig aber vermeiden also wirklich davon weg zu kommen die ganze zeit sich zu kontrollieren und das ist wirklich wirklich schwierig gleichzeitig ist es auch wichtig dass es wird sehr sehr stark entlasten auch für betroffene nicht also nicht nur für betroffene selbsthilfe gruppen es gibt aber nur sehr sehr wenige das heißt die meisten die darunter leiden landen dann bei selbsthilfe gruppen mit essstörungen weil es viel mehr gibt weil die dann eben auch diese körperbild störung haben und was sich gezeigt hat dass es auch für angehörige extrem wichtig ist dass sie menschen haben wo sie sich austauschen können um die beteiligten einfach besser zu verstehen weil es natürlich für die angehörigen ein ziemlich ziemlich großer faktor ist der sie beschäftigen kann und dafür deswegen ist auch wichtig für eltern jetzt ist sozusagen so systemische familientherapie auch wiederum sehr sehr interessant dass man die familie mit einbeziehen kann um auch das system zu hause zu verändern wenn zum beispiel eine überbehütung stattgefunden hat und so weiter das ist ganz wichtig das alles mit aufzunehmen du siehst wie wichtig das ist im ersten schritt wenn ich mit menschen arbeiten möchte die psychische beeinträchtigung haben erst mal zu verstehen zu verstehen was ist hier los worunter leidet die person wirklich was steckt in der tiefsten schicht dahinter wie kann das zustande gekommen sein um dann daraus einen therapieplatz zu entwickeln der eben die einzelnen defizite die ich als betroffene empfinde stärken kann der das umfeld mit einbezieht der mehrere therapeutische methoden mit einbezieht das ist wirklich was ganz ganz entscheidend ist weiterhin ist es so dass wir natürlich auch dann mit video feedback arbeiten können ja also wie verhält sich jemand eben in den gesprächen das ist auch sehr sehr hilfreich wie sieht es aus wenn ich vor dem spiegel stehe ja einfach mal diesen blick von außen zu geben damit derjenige betroffene mehr und mehr merkt was hier gerade alles passiert aber wichtig dabei ist eben dass wenn jemand auch noch eine depressive episode entwickelt wir sprechen ja von komorbidität da kommt noch etwas hinzu ja das dann eben auch die suizidgefahr sehr sehr groß ist ja genauso wie eine hohe komorbidität eben auch zwangsstörungen sind ja also gleichzeitig noch weitere zwänge zu entwickeln ok wichtig an dieser stelle vielleicht noch die fragestellung mit welchen fragen kannst du so helfe stellung leisten also wenn du jetzt überlegst du in der diagnose bist dass du dann eben fragst haben sie das gefühl dass ihr körper bestimmte körperteile entstellt sind haben sie angst davor in die öffentlichkeit zu gehen haben sie das gefühl dass es einen äußeren makel gibt ja wie oft verbringen sie zeit vor dem spiegel ja meiden sie den kontakt zu anderen menschen schämen sie sich für ihr aussehen und fühlen sie sich durch ihr aussehen möglicherweise sogar belastet das sind alles wichtige fragen und deswegen ist es ist es so schwierig zu erkennen nochmal weil es eben sich aus der pubertät heraus häufig eben entwickelt wo es eben ja normal ist dass jugendliche komisch werden mehr zeit mit ihrem äußeren verbringen aber wie gesagt so als grad misser wenn dann wirklich mehr als eine stunde am tag da ist und das ist ja schon finde ich sehr sehr viel dann ist es wichtig dass wir dort hilfestellung geben also es kann alles betreffen gesicht nase pickel immer mehr ohren brüste hüfte beine vermehrte körperbehaarung muskeln ich habe zu wenig muskeln ich bin nicht sportlich genug ja das nochmal es kann wirklich alle körperteile betreffen und deswegen ist es wichtig das eben im blick zu behalten und vielleicht hast du durch dieses video jetzt so ein gefühl dafür bekommen auch ein gefühl von wichtigkeit weil eine anamese diagnostik da extrem wichtig ist bevor jemand dann möglicherweise eine schönheits op macht dass wir vorher sagen können okay es handelt sich erst mal um eine psychische diagnose und da gilt es darum damit abhilfe zu schaffen okay ich sag an dieser stelle vielen dank für deine aufmerksamkeit und bis zum nächsten video bis zum nächsten video dein dirk